Ich fasse mir doch mal den Senk an. Über dieses Werbevideo eines russischen Autohändlers wird gerade viel gelacht. Das russische Model à la Buletoba streichelt in der Werbung immer wieder über verschiedene Stellen am Auto und füstert dabei seine Macht ins Mikro. Das bietet vielen die perfekte Vorlage für eine Parodie. Und so verbreiten sich innerhalb kürzester Zeit massenhaft verarschte Videos, wie zum Beispiel diese hier. Hamburg-I-Mond. Trucker Dave toppt mit über 10 Millionen und klickt sogar das Original-Video mit nur 2,4 Millionen. Auch Polizei und Feuerwehr machen den Spaß mit. Üblichkeiten, das Video nachzustellen, sind ohne Grenzen. Viabisco. Sie gewonnenen Aufmerksamkeit nutzen Sie. Papa, ich bin im Fernsehen. Du hast es geschafft. Viabisco ist im Fernsehen. Du hast es geschafft. Der Herr Ross kamen. Das war's für heute.